Ich habe mir einen richtigen Power-SUV von AMG angeguckt und jetzt seid ihr gefragt, würdet ihr euch das Ding ziehen oder würdet ihr es sein lassen? Viel Spaß, BAM! Jetzt gucken wir uns aber einen GLS an. Einen GLS 63 AMG, richtig ein Dampfhammer, richtig Power. Stehen wir hier vor dem Objekt der Begierde, ne? In weiß, Carbon-Interieur, braune Ledersitze. Aber ja, wir haben hier schon dieses Interieur mit dem iPad, nenne ich es immer gerne. Schwarzen Alcantara-Himmel, das ist natürlich auch geil. Die Tacho-Anzeige so in sportlich Carbon. Frank & Olufsen Soundsystem. Das haben wir hier stehen, 75, da steht ein bisschen was drauf, ne? 75 finde ich auch echt, wenn ich mir das Auto so viel Geld angucke, das ist schon echt viel cool. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare.